Wir sind wieder da! Ja, das erste Heimspiel jetzt in der Est-Oliverena dieses Jahr. Corona war eine lange Zeit. Nach 210 Tagen war, glaube ich, die Saison, die dann weitergegangen ist. Jetzt freuen wir uns einfach riesig auf das Heimspiel und hoffen, dass möglichst viele Zuschauer reingelassen werden dürfen und auch kommen. Und ja, dann sind wir einfach heiß auf die Saison. Ja, wir freuen uns ziemlich auf das erste Heimspiel. Wir hatten eine sehr lange Pause und ich denke mal, wir alle werden uns freuen, wenn auch viele Zuschauer dann noch zum Spiel kommen. Und für mich wird es auch was ganz Besonderes dann. Servus Fans! Natürlich freuen wir uns aufs Heimspiel. Ich hoffe natürlich, dass ihr die Chance auch nutzt. Wie ihr wisst, haben wir es geschafft, dass Zuschauer zugelassen sind. Jetzt müssen wir natürlich die Halle auch nur noch voll kriegen. Ich hoffe, dass ihr euch zahlreich unterstützt. Wir brauchen jeden von euch. Schauen wir mal, dass wir den Heimsieg bei uns behalten. Ich freue mich. Liebe Fans, wir haben Bock auf die Heimspiele. Ich bin mir sicher, dass ihr auch. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf die Heimspiele. Liebe Fans, ich freue mich auf unsere erste Heimspiele. Ich möchte wirklich, dass wir diesen Spiel gewinnen. Musik Hallo unsere lieben Fans, jetzt ist es endlich wieder soweit, wir dürfen endlich wieder loslegen und sind schon richtig heiß auf das erste Heimspiel, also wir hoffen, dass sie zahlreich erscheinen und dass wir auch was zählbares mitnehmen. Servus Fans, wir freuen uns unglaublich auf das erste Heimspiel und freuen uns vor allem, dass wir das mit euch machen können, deswegen kommt es zahlreich in die Halle und dass wir in den ersten Heimsieg der Saison einfahren. WoIP – Woosis Woos Wo berge Woos Woos Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dazu Hintergrundberichte, Interviews, Highlights und alle Spiele on Demand Jederzeit und überall abrufbar Erlebe alle Spiele parallel im Konferenzmodus Was war das für ein grandioses Duo? Alle Spiele der 2. Handball-Bundesliga nur auf Sportdeutschland TV